Hallo liebe Soundfactory Fans, hier ist wieder eure Tonstudio-Praktikantin Miriam. Ich mache immer noch mein Praktikum bei Soundfactory in Walldorf. Nach einer ausgiebigen Weihnachtspause folgt nun der dritte Teil des Studio-Blogs. Diesmal war ich bei Fetzum in Mannheim. An dieser Stelle werden sich einige fragen, wer ist Fetzum überhaupt? Er war früher bei Freundeskreis, ein granioser Musiker, und ihr könnt euch an dieser Stelle einfach selbst davon überzeugen. Viel Spaß! An I of Fire burns inside me, burns and lets me fly up to the sky. Then we gonna meet again, meet you when I am at the best. An I of Fire burns inside me, burns and lets me fly up to the sky. Then we gonna meet again, meet you when I am at the best. Ich kannte Fetzum zwar schon vor dem Konzert, allerdings bin ich jetzt, nachdem ich ihn live erlebt habe, ein viel größerer Fan. Und ich habe danach dafür gesorgt, dass ihr eine kleine Überraschung erhaltet. Hallo, ich bin Fetzum, beim Patrice-Konzert gerade, ich grüße die Soundfactory und Miriam. Ich hoffe, die Überraschung hat euch gefallen. Ich war auch noch auf ganz vielen anderen geilen Konzerten, wovon ich euch bald berichten werde. Ihr dürft also ganz gespannt sein. Bis dann, ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020